Wie helfen sich denn manche Menschen, wenn sie Probleme haben? Der eine fängt mit Kiffen an, irgendwann geht er über zu anderen Drogen, der andere rutscht komplett aus, der andere versinkt den Alkohol, der andere in Spilothek, der andere dies, der andere jenes. Ein jeder von ihnen geht irgendwann zugrunde, wenn er nicht rechtzeitig die Gurbe bekommt. Doch der Gläubige, wenn er auf die Worte Allahs hört, hilft sich selbst mittels der Geduld und dem Gebet. Doch dies ist etwas Großes, etwas Schwieriges, nicht Jägerschaftes. Mit Ausnahme derer, die Allah fürchten. Mit Ausnahme derer, die Furcht in ihren Herzen vor Rabbul Alemin verspüren. Wer sind diese, ja Allah? Jene, die wahrhaftig davon überzeugt sind, dass sie Allah, ihren Herren treffen werden. Jene, die wahrhaftig überzeugt sind, dass sie Allah, ihren Herren treffen werden. Und sie sind vollstens davon überzeugt, dass sie zu Allah zurückkehren werden. Nirgendwo anders.